Du fragst dich, wie sich Deutsch anhört, wenn man kein Deutsch spricht? Ich hab da mal ein Video für euch rausgesucht, wo genau das gezeigt wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Deutschrap nicht internationalen Erfolg hat. Weil die Sprache einfach für Nicht-Deutsche nicht so schön klingt. Hier das Beispiel, versuch mal irgendwas zu verstehen. Lupe Frank, ein Mämpferregler, düstlich schoner war, beim Klarfeld, mir grob im Arnau. Äh, das würde battieren, gut, adenten Ranke, ja. Oh, ist Papa sichtlich bauschen, erwiemert, hält auch nichts gestoben, gespanken. Wassen ließ auch behällen. Papa Febern, nichts verheißen, unbelosslich. Unbelosslich?